Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bedanke mich bei Dir recht herzlich, dass Du mir heute Deine Aufmerksamkeit schenkst für diesen kurzen und knackigen Impuls, denn heute gibt es mal wieder einen Healthy Shot. Vielleicht hast Du die Überschrift gelesen von diesem Podcast. Es geht um das wichtigste Tool, um erfüllt zu sein. Nicht um erfolgreich zu sein, sondern um erfüllt zu sein. Da steckt dieses Wort Fülle dahinter und ich habe mich oft genug gefragt in meinem Leben, wann bin ich wirklich erfüllt? Ich habe das beobachtet bei meinen ganzen wunderbaren Kunden, die ich viele Jahre begleiten durfte und auch immer noch begleite. Wann ist man erfüllt? Erfolgreich waren ganz viele, sind ganz viele, aber wann sind sie auch wirklich? Wann bist Du? Wann bin ich wirklich erfüllt? Und dann gibt es nur eine einzige Antwort. Und diese Antwort will ich Dir heute nochmal ans Herz legen, denn es geht um Dein Herz, um Deine Herz-Energie. Egal, worum es sich in Deinem Leben dreht, egal, was Du erreichen willst, wenn Du es erreichst, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, weil Dein Kopf Dich angetrieben hat, weil Du glaubst, etwas erreichen zu müssen, von dem Dein Kopf sagt, dass Du es brauchst, um angeblich danach glücklich zu sein, dann wirst Du vielleicht ganz oft die Erfahrung gemacht haben, so wie ich auch, wie viele andere Menschen, dass es gar nicht der Fall war. Wie viele Menschen kenne ich, die so viel Theorie sich angeeignet haben, so viel Wissen, hunderte von Büchern gelesen haben, hinter PowerPoint-Präsentationen herrennen und sich noch mehr Wissen aneignen, in der Hoffnung, sie würden irgendwann mal durch all dieses ganze Wissen die innere Erfüllung finden und weißt Du was, es hat nie, auch nie funktioniert, wenn Du einzig und allein im Kopf bleibst. Es gibt so viele Coaches, die wollen Coaches sein, deren großes Ziel ist es, andere Menschen zu bewegen, ihnen etwas mit auf den Weg zu geben, aber sie haben keine Erfahrung, sie haben das, was so wichtig ist, um es an andere Menschen weiterzugeben, nicht in ihrem Herz durch Erfahrung erfahren, sondern einzig und allein aus dem Internet, theoretisch aus Büchern und glauben dann, damit erfüllt und vor allen Dingen erfolgreich zu werden und das funktioniert nicht. Wenn Du ein Coach werden möchtest, dann musst Du Erfahrungen sammeln und in dem Moment, wo Du spürst, dass Dein Gegenüber eine Erfahrung gemacht hat, weil Du ihm oder ihr etwas weitergegeben hast, mit auf den Weg gegeben hast, was so wichtig war, dann öffnet sich Dein Herz und dann wirst Du ein brillanter, großartiger Coach, aber Du musst es erfahren. Warum mache ich diese Intensivseminare? Warum erleben dort Menschen Erfahrungen, die sie im Herzen berühren, wo sie danach ja weinend vor Glück auf ihrem Stuhl sitzen bleiben und können sich ihr ganzes Leben noch an diese Erfahrung erinnern? Warum mache ich das? Genau aus diesem Grund. Frage doch mal Menschen, nachdem sie Seminare besucht haben, nachdem sie vielleicht auch eine Präsentation erlebt haben, wie viel von dem, was der Coach ihnen erzählt hat, können sie sich noch behalten und zwar nicht nach 24 Stunden, sondern nach einem Monat, nach einem Jahr. Und ich verspreche Dir, und das ist das, was Du im Urlaub erlebst, das ist die emotionale Erfahrung, die Dich im Herzen berührt hat, die so wichtig ist. Die Menschen suchen nach innerer Weisheit, nach Frieden und sie suchen so, so lange daran, aber halten sich im Internet auf, gucken bei Social Media, wo andere Menschen Orte besuchen, die dort den Frieden angeblich gefunden haben. Was wäre, wenn Du selbst diesen Ort aufsuchst? Was wäre, wenn Du selbst den Urwald besuchst, die Natur wieder anfängst in Dein Leben zu integrieren und genau diese entlegenen Orte, von denen Du träumst, selbst erfährst, weil Dein Herz dann in diesem Moment Ja sagt? Was wäre denn, wenn Du nicht mehr drüber redest, sondern es machst? Du gehst in die Handlung, Du erfährst es in Deinem Herzen. Denn erst dann bekommst Du das Feedback, ob es zu Dir passt, ob es zu Dir gehört, ob es Dein Weg ist, ob Du das wirklich machen möchtest. Denn mal ganz im Ernst, worum geht es denn in Deinem Leben? Es geht darum, dass diese Herzenserfahrungen, diese Erfahrungen, nach denen Du strebst, der Grund, warum Du auf diesen Planeten Erde gekommen bist, dass diese Erfahrungen Dich im Herzen berührt haben. Und ja, der Verstand ist wichtig, aber es gibt so viele Menschen, die einzig und allein Wissen konsumieren, die Medaillen im Schrank, ja, ich sag jetzt mal, sammeln, die im Außen mehr und mehr leben und immer unglücklicher werden, weil Ihr Herz einfach nicht mehr zu Wort kommt. Und ich kann Dir sagen, der wirkliche Boss in Deinem Körper ist Dein Herz. Dein Herz sendet jeden Tag diese Wellen, diese sogenannten Herzfrequenzen an alle Organe in Deinem Körper. Und wenn Dein Herz Ja sagt, dann bist Du in der Kohärenz. In diesem Zustand heilst Du, in diesem Zustand bist Du erfüllt. Aber wenn Dein Herz Nein sagt, dann registrieren alle Organe in Deinem Körper diese Wellen. Und das wiederum ist das, was Dich nicht erfüllt. Wo Du merkst, dass der Druck ins Unermessliche steigt. Wo Du merkst, dass Du immer hinter einer Sache herrennst, weil Du glaubst, dann irgendwann den Erfolg zu bekommen, den Du Dir so sehr wünschst. Aber Erfolg bedeutet nicht automatisch Erfüllung. Und Du hast dieses Wort schon oft gehört von mir, von anderen Coaches. Du hast es vielleicht gelesen. Aber loslassen bedeutet auch, den inneren Kampf loszulassen. Es zu tun, in die Handlung zu gehen und die Erfahrung zu machen, was es bedeutet, wenn Dein Herz Ja sagt oder vielleicht auch ab und zu Nein. Aber Du musst von der Theorie ins Herz kommen. Du musst in dem Moment aus dem Verstand ins Herz kommen, damit Du die wahren Geschenke des Lebens wieder begreifen und erfahren kannst. Es geht in Deinem Leben einzig und allein darum, dass Du Freude hast, dass Du Erfahrungen sammelst, dass Du Dich ausprobieren kannst, dass Du in dem Moment, wo Du es tust, die Erfahrung machst, ob es zu Dir gehört, ob es bei Dir bleiben darf, ob das Dein Weg ist, weil Du es in die Umsetzung bringst und dann, wenn Du auf Dein Herz hörst, in die Erfüllung kommst. Und weißt Du, als ich in meinem Leben das verstanden habe, als ich in meinem Leben verstanden habe, dass ich auch manchmal durch das Tal der Tränen durch muss, um die Erfahrung zu machen, dass ich es einfach tun muss, um die Erfahrung zu machen und dann festzustellen, ob mein Herz Ja oder Nein sagt, hat sich mein Leben komplett verändert. Und weißt Du, wer die größten Widerstände hat gegen Neues? Weißt Du, wer die größten Widerstände hat, seine Herzenergie wirklich zu öffnen? Dein Verstand. Dein Ego. Und wenn Du Menschen betrachtest und schaust ihnen in die Augen, dann hast Du direkt das Fenster zur Seele, zum Herzen. Schau Dir Deine Menschen mal in Deiner Umgebung an. Öffne Dein Herz für diese Menschen, öffne Dein Herz für die Natur, aber beginne auch heute, nicht morgen, heute, Dein Herz zu öffnen und geh raus, ein bisschen mehr raus aus dem Verstand. Ich wünsche Dir von ganzem Herzen nur das Allerbeste, Deine Kerstin.